Jo Leute und herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich langersehnten Auflösungsvideo des Intro Gewinnspiels Ja es tut mir zuerst mal leid für die schlechte Tonqualität denn mein Mikrofon ist unten in meinem Zimmer und ich bin gerade im Bürozimmer und mein PC wäre eben in meinem Zimmer und der Mac den ich jetzt benutze um die Intros zu machen und so weiter der ist halt eben oben und ich hab keinen Bock unten das Mikrofon nochmal treiben und alles für Mac herunterzuladen also mach ich das Ganze jetzt auf dem Mac mit meinem alten Headset das neue ist so mein Vater kann super gut die Kabel verstauen aber rausnehmen ist dann wieder eine andere Sache naja und jetzt kommt die Intro Giveaway Auflösung denn das ist so spät weil mein PC eben kaputt ist und ja so jetzt eigentlich auch noch aber ich halt den Mac gerade habe aber der Gewinner darf sich jetzt ein komplett eigenes Intro aussuchen weil die Datei mit dem Intro also in dem PC abgespeichert ist und ich die hier auf dem Mac so nicht habe und deshalb kann sich der Gewinner ein komplett eigenes Intro aussuchen und ich glaube das ist noch besser für den Gewinner wenn er sich was eigenes gerade sein lassen kann ja und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder bei der Auflösung jo Leute und herzlich willkommen zu der Auflösung des Intro Gewinnspiels Nummer 1 hier auf dem Kanal SwissArts und der Gewinner kann sich ein eigenes Intro konfigurieren lassen habe ich ja vorhin gerade gesagt aber jetzt nochmal falls ihr vorgespult habt ja klar erkannt sich also du als Gewinner kannst ein eigenes Design lassen von mir ich schreibe dir dann einen Skype-Namen per PN und ja gut jetzt ich erkläre euch mal die Webseite die heißt zuadio.ch und dann muss man hier oben die Video-ID die findet man hier auf Teilen und nachher hier eingeben ihr müsst ihr aber so auswählen und dann kopieren weil sonst kopiert ihr mal das Ganze ja auf jeden Fall habe ich jetzt das hier eingeben es gibt einen Gewinner ich darf nicht mitmachen und es darf nur ein Kommentar erlaubt halt sein also erlaubt nur ein Kommentar ist erlaubt weil das andere, ja, habe ich ja glaube ich sogar geschrieben ein Kommentar ja, schreib ein Kommentar gut ähm dann würde ich jetzt machen let's see who's the winner now das ging jetzt sehr sehr schnell nämlich ist es der Maxus Chris ich hätte gerne ein neues Intro und so ein nice Intro von dir würde mein Restart aufpeppen ja so ein nice Intro von dir meine Restart aufpeppen würde okay, egal äh ja to the profile Maxus Chris ja, das ist der Maxus Chris 28 Abonnenten bei 500 okay also ich schreib dir jetzt einen also eine PN hier Nachricht senden Maxus Chris äh, das ist raus also ähm hey du hast mein das Intro Gewinnspiel auf meinem Kanal gewonnen mein PC ist aber kaputt und ich mache dir ein komplett neues Intro da ich auf dem Mac nicht die nötigen Dateien habe add oder nie füge mich bitte in Skype hinzu damit wir das intro besprechen können MFG Swiss Arts gut senden wir das so ab ab ja ich würde mal sagen ja gut senden wir verarbeitet und es ist gesendet gut dann ja herzlichen Glückwunsch an dich Maxus Chris wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du ja hier Maxus Chris hast auch alles richtig gemacht Maxus Chris der Name alles richtig hingeschrieben du hast einen Trailer hier gemacht das ist das einzige Video auf deinem Kanal ok ja und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal ja beim nächsten Intro besser gesagt ciao euer Swiss Arts